Storytime, als ein Pferd in der Flugzeugkabine mitgeflogen ist. Hunde und Katzen bis 8 kg dürfen im Flugzeug in der Kabine mitgenommen werden. Allerdings müssen die Tiere den gesamten Flug in einem selbst mitgebrachten Käfig bleiben, auch bei einem 12-Stunden-Flug. Deshalb bekommen viele Tiere auch Beruhigungsmittel. Allerdings gibt es eine Ausnahme. US-amerikanische Fluggäste dürfen auf Flügen in oder aus den USA auch schwerere Tiere mit in die Kabine nehmen, wenn ein Dokument vorliegt, dass sie das Tier als emotionale Unterstützung brauchen. So kam es schon vor, dass ein Zwergpony mitgeflogen ist.